Oder so. Grüß euch. Was? Achso, okay. Auf eins oder auf nix? Auf nix. Wenn ich so tue. Grüß euch. Grüß euch. Auch heute im Sommer gibt's wieder Sperger-Session. Sie findet das am 1. Juli statt. Es wieder wird perfekt werden. Und jetzt könnt's wie immer neben dem Pool Musik machen und stehen! Bisslei Essen und Trinken wird gehen, aber es wird lässig, wenn wieder jeder eine Kleinigkeit mitnimmt. Wir freuen sich! Bis dem Sommer! Sommer!